Guten Tag, ich möchte Sie herzlich zum App-Empfehlungs-Screencast der Stiftung Lesen und der Deutsche Telekom-Stiftung begrüßen. Mein Name ist Sigrid Fahrer. Heute möchte ich Ihnen, liebe Vorlesepaten, die App der menschliche Körper vorstellen. Eine Lern-App, mit der Kinder im Grundschulalter ihren Körper genauer kennenlernen können. Die App selbst kommt fast ohne Text aus. Vorgelesen wird einfach aus dem Begleithandbuch, das Sie kostenlos auf der Seite des Entwicklungsstudios herunterladen können. Bevor es losgeht, müssen wir noch ein Spielerprofil anlegen. Machen Sie das am besten im Vorfeld der Vorlesestunde, dann können Sie gleich mit der ersten Entdeckereinheit loslegen. Ein Jugendschutzhinweis noch? Im Dashboard gibt es unten einen Link, der zum App-Store führt. Den Zugang zum Store sollten Sie daher mit einem Passwort sichern. Dann klappen wir mal das Menü aus und wählen das erste Kapitel an. Thema ist das Nervensystem mit den Sinnesorganen. Zur Einstimmung in das Thema können Sie verschiedene Gegenstände mit unterschiedlichen Oberflächen mitbringen, die die Kinder mit verbundenen Augen befühlen. So können Sie die Nerven in Aktion erleben, denn die sagen, ob etwas rau, weich oder kantig ist. Das Gehirn sendet und empfängt ständig Signale von den kleinen Nervenzellen, die auch Neuronen genannt werden. Diese Nachrichten werden über das Rückenmark übermittelt. Dank der Nervenzellen kann unser Gehirn die Nachrichten von der Haut, der Nase, der Zunge, den Augen und Ohren verarbeiten und weiß dadurch, wie etwas aussieht, klingt, schmeckt, riecht oder sich anfühlt. Zeigen Sie dies nun an der interaktiven Grafik. Egal an welcher Stelle Sie den Körper antippen, es werden Signale ans Gehirn gesendet. Was passiert im Gehirn, wenn wir gekitzelt werden? Das probieren wir einfach mal aus. Die Nerven senden viele Impulse und wir lachen. Lesen Sie aus dem Handbuch die Passage über das Lachen vor. Entdecken Sie in dieser Art mit einer Mischung aus Vorlesen, Erzählen, Sprechen und Ausprobieren weitere faszinierende Aspekte des menschlichen Körpers. Wie wäre es zum Beispiel mit den Augen? Tippen Sie auf die Augen. Mit der Kamera des Tablets wird nun ein Bild aufgenommen und gezeigt, wie es im Auge erscheint. Nämlich auf dem Kopf stehend. Wie kann das sein? Lesen Sie aus dem Handbuch vor oder erklären Sie mit eigenen Worten. Blenden Sie auch die Bezeichnungen zum besseren Verständnis ein. Die können durcheinandergewirbelt und dann gemeinsam mit den Kindern wieder zugeordnet werden. Wie reagieren die Pupillen auf Dunkelheit? Lassen Sie die Kinder die Kamera abdecken. Wie auf Helligkeit? Ein Kind darf mit der Taschenlampe ins Auge leuchten. Da die App viele komplexe Zusammenhänge erklärt, die sich auf die Schnelle nicht zu leicht erfassen lassen, würden wir empfehlen, sich auf einem Bereich zu konzentrieren und diesen ganz ausführlich gemeinsam zu entdecken. Je nach Alter der Kinder können Sie weitere Informationen aus Büchern sammeln und in die App integrieren. Einfach die Sprechblase aktivieren, den Teil antippen, zu dem man etwas sagen möchte und lossprechen. Das Schöne, das Gesprochene kann wiederum kommentiert werden. Unser Fazit? Der menschliche Körper ist eine in die Tiefe gehende Wissens-App, die zum stundenlangen Entdecken einlädt. Um mit der App gewinnbringend eine Vorlesestunde zu gestalten, bedarf es etwas an Vorbereitung, die sich aber lohnt. Die App mit ihren vielen Interaktionsangeboten und Experimenten begeistert Kinder für Biologie. Das Vorlesen aus den Handreichungen wiederum zeigt Kindern, dass Lesen nicht nur in Büchern, sondern auch in PDF-Dateien stattfinden kann. Wir wünschen viel Vergnügen. Dieser Screencast ist in Kooperation mit der Deutsche Telekom Stiftung entstanden. Das Schöne ist in Kooperation mit der Deutsche Telekom Stiftung entstanden.